Jo, ich bin's wieder, Brickler 1000 in der Welt von Brickforce. Hier spiele ich mit einem kleinen Special, also ohne Waffen, also ohne groß abgegradeten Waffen, in der Black Widow und so, mit dem ganz Anfangs-Beginner-Zeugs und ohne Rüssi. Und ich habe euch jemanden mitgebracht, er stellt sich jetzt mal kurz vor. Jo, ähm, Aufnahme-Bus-Depot, die mag ich ganz gut, also die ist cool, die Map. Und mal schauen, wie das jetzt so endet. Ähm, ich starte jetzt die Aufnahme jetzt ein zweites Mal, weil mir ist immer etwas dazwischengekommen. Warte. Jo, das hat sehr lange gedauert. Okay, los mit der Giffen. Okay, jetzt. Oh, jetzt hat... Keiner von uns hat es lange nicht mehr mit dem Black Widow gespielt und deswegen wird es ein bisschen schwieriger. Ich schippe mich selbst mit einer Lade auf. Boah, da wischst du mich. Ich bewege mich nicht so, also... Ich kann mich gar nicht so mit der Black Widow bewegen. Es leckt auch ein bisschen. Ähm, das ist... Vielleicht merkt ihr das auch, dass es ein bisschen leckt. Ähm... Natürlich bis jetzt an einem Spawn. Der Nachladepack wurde gefixt. Das hat man gemerkt, weil ich konnte ihn auf einmal nicht mehr bewegen. Also konnte ich einfach nicht mehr benutzen. Aber das ist schwierig, unterm Spielen zu reden. Also... Da muss man sich gleichzeitig aufs Spiel konzentrieren. Das ist wirklich schwierig. Wow. Du kleiner Nade-Nube. Ähm, Baum abgefallen war nicht so mit dem Blumen. Ja. War das nicht so eine kleine Säule? So eine Holzsäule? Das war doch so eine Säule. Ach, jetzt weiß ich, was das sein soll. Das soll die Bushaltestelle sein. Das sollen die warten. Ah, jetzt. Wolltest du dich von hinten anschleichen, oder was? Ja, das... War dein Plan? Leider keine Warpies dabei. Ja, und da sind wir gleich im... Da sind wir gleich im Gleichstand, okay. Und ich habe noch eine Nate. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm... Ich hoffe, man hört nicht so sehr meine Tastatur, wie ich drauf... Ähm... Spiele. Ähm... Ich habe keinen fetten Rückstoß. Äh... Keine Muni mehr. Komm, wieder Giffen. Ich habe keine Muni mehr. Ah, ich habe keine Muni mehr gehabt. No Muni! Ich habe die ganze Zeit nachladet... Ähm... Nachladeteil benutzt, weil ich keine Muni mehr hatte. Aber das hat mir jetzt auch nichts weiter genützt. Obwohl, ich habe dir ja schon fast alles gezogen. Jo. Von der Seite. Du hast mir nichts gezogen. Ist ja cool. Kann ich... Schön ins... Ich habe nicht zu spät gesehen. Ja. Wie man sieht, am Anfang ist er ausgeglichen. Jo. Ja, okay. Wirklich noch sehr... Ähm... Noch sehr ausgeglichen. Für beide. Hm. Genau. Ähm... Wo bist du jetzt? Ich... Ich stimme jetzt mal vor. Ich hoffe, ich renne nicht. Ah! Wow, da bist du ja. Wow. Ach so. Ja, okay. Ähm... Dieser Spieler heißt Russki... 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 Cooler Name finde ich. Also besser als Janimus123. Ist sicherlich besser. Wow, das war knapp. Ähm... Ich hoffe, man hört ihn. Liebe Zuschauer, ich... Hoffe, man hört ihn. Weil, ähm... Ah, mit der Giffen. Was machst du eigentlich? Nicht in Skype, weil... Guschelst du da? Irgendwie was rum? Wow, 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 wow. Komm, keine Money mehr! Ich hab keine Money mehr, ey. Scheiße. Was machst du eigentlich? Was machst du eigentlich? Okay, jetzt hast du mich erwischt. Was machst du eigentlich an der Mikrowall? Oh, jetzt leckt's, jetzt leckt's. Noch wie lange? Okay. Ähm. Okay, du bewegt dich deutlich. Besser als ich. Ähm, jo. Ähm. Was machst du eigentlich an deinem Mikro? Weil das ist wirklich irgendwie... Schade um die Aufnahme. Erwischt, erwischt. Ich hätte gedacht, ich... Ähm, ja. Sorry, wenn ihr jetzt hört, wenn ihr ein bisschen kuschelt. Oder irgendwie was... Ähm, ist... Ähm... Ne, ich setz die ganze Zeit Haltränke ein. Ein... Boah, zu Ende. Jo. Um... Richtig knappe Runde. Ich hoffe, man hört dich im Video. Bitte schreibt in Kommentare, wenn nicht. Weil... Dann mache ich es nächstes Mal anders. Ich finde die Runde richtig spaßig gemacht. Und jetzt verabschiede ich mich noch. Bis zum nächsten Mal wieder. Und jetzt noch Huskippo. Jo. Und bis zum nächsten Mal wieder bei Let's Play Brick Force. Wie geht's1s2? 4 bis.